Du betreibst deinen eigenen Nextcloud-Server? Dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass deine Nextcloud optimal abgassiert ist, um dich vor Angreifung zu schützen und um die Sicherheit deiner Daten zu gewährleisten. In diesem Video stelle ich dir die Top 5 Nextcloud Security Essentials vor und zeige dir, wie du damit Schritt für Schritt die Sicherheit deines Nextcloud-Servers erhöhen kannst. Ich würde sagen, legen wir doch wie immer direkt los! Mein Name ist Daniel von der Firma Apfelcast. Du benötigst Unterstützung bei deiner Nextcloud-Installation oder du kommst an einer Stelle nicht weiter? Dann melde dich gern bei mir, egal ob Privatanwender, Unternehmen oder Verein. Ich helfe dir, deine Nextcloud nach deinen Wünschen zu installieren, zu konfigurieren oder vorhandene Fehler zu beheben. Bei Interesse schreib mir einfach an service-at-apfel-cast.com. Zunächst mal zu den Grundlagen. Ich orientiere mich bei dem, was ich euch heute hier vorstelle, an dem, was auch die Nextcloud in ihrer Dokumentation zum Thema Security hier vorgibt. Wichtig zu wissen bei all dem, was ich euch heute hier zeige, ist, dass das natürlich nur die Sicherheitsgrundlagen sind. Je nachdem, was für einen Anwendungsfall ihr hier genau habt, wie genau eure Nextcloud konfiguriert ist, was für eine Art von Daten ihr darauf habt und so weiter, kann es natürlich sein, dass ihr hier noch weitere Maßnahmen benötigt. Wenn ihr euch hier unsicher seid, ob das Ganze jetzt für euren Anwendungsfall reicht, kontaktiert doch einfach mal den IT-Dienstleister eures Vertrauens. Der wird euch da sicherlich weiterhelfen können. Zudem setze ich jetzt hier für dieses Video voraus, dass die Nextcloud einfach nach einem meiner Anleitungsvideos hier aufgesetzt wurde, dass ihr hier also die gleichen Parameter und so weiter habt. Und ihr braucht auf jeden Fall auch Root-Zugriff auf den Server, auf dem ihr das Ganze eben am Laufen habt. Eine weitere Grundlage ist auf jeden Fall auch, dass eure Nextcloud bei den Sicherheits- und Einrichtungswarnungen schon einen grünen Haken hat, dass hier also keinerlei sonstigen Warnungen vorhanden sind. Das ist wirklich eine Grundlage, dass die einfach mal sauber konfiguriert ist. Wenn das bei euch noch nicht der Fall ist, wenn ihr hier noch ein paar Meldungen habt, dazu habe ich auch schon ein extra Video gemacht, wie ihr die beheben könnt, ist natürlich unten verlinkt. Dann macht das zuerst, bevor ihr jetzt hier weitermacht. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ganz klar die absolute Grundlage, was die Sicherheit nicht nur bei der Nextcloud, sondern eigentlich bei allen Online-Diensten hier angeht. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das zu tun. Das geht auch wirklich sehr einfach. Nun, die Nextcloud bietet hier mehrere Möglichkeiten zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ihr könnt hier Authenticator-Sticks benutzen oder natürlich auch ganz klassisch eine Authenticator-App, wo ihr dann eben ein zeitlich begrenzt verfügbares Passwort, einen Code erhaltet, den ihr dann eintippen könnt, so wie ihr das eben von allen anderen Zwei-Faktor-Anwendungen hier schon kennt. Nun, ich zeige euch das Ganze jetzt hier eben mit genau dieser Anwendung, mit einer ganz normalen Smartphone-App, die dann hier den Code für euch erzeugt und ihr dann so euren zweiten Faktor einrichten könnt. Wie genau das im Detail funktioniert, das seht ihr jetzt. Auf der Nextcloud angekommen ist wichtig, dass ihr hier als Administrator angemeldet seid, damit ihr hier diese Änderungen auch vornehmen könnt. Wenn ihr das seid, dann geht ihr einfach oben hier einmal auf euer Benutzer-Icon drauf und dann hier auf das Thema Apps. Hier angekommen könnt ihr jetzt nach der App TOTP suchen und dann steht hier auch schon dran Two-Factor-TOTP-Provider. Da klickt ihr einmal auf Verunterladen und Aktivieren. Dann dauert es einen kurzen Moment und ist schon installiert. Jetzt wechselt ihr zurück in die Einstellungen. Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten. Einmal kann jeder Benutzer für sich unter dem Reiter persönlich eben hier die Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten. Oder wenn ihr hier als Administrator oder den Punkt Verwaltung auf den Punkt Sicherheit geht, dann könnt ihr hier auch einen Zwei-Faktor-Zwang einrichten. Das heißt, sobald sich ein User das nächste Mal neu auf der Nextcloud anmeldet, kommt er nach Eingabe von Benutzernamen und Passwort automatisch zu einem Wizard, wo er dann hier eben seine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten muss, bevor er dann auf die Nextcloud kommt. Das müsst ihr selber entscheiden, welcher Punkt für euch hier entsprechend das Richtige ist. Nun, ich möchte das Ganze hier einfach mal anhand eines Benutzers zeigen. Also, der Benutzer quasi aktiviert das für sich selbst. Was ich euch auf jeden Fall hier empfehlen würde, bevor ihr die eigentliche TOTP-App aktiviert, ist hier einmal Backup-Codes zu erzeugen. Denn falls mal das Ganze nicht mehr funktioniert, also falls ihr beispielsweise euer Smartphone verlegt, verliert, wie auch immer, dann könnt ihr über einen solchen Code hier trotzdem auf die Nextcloud drauf zugreifen. Den gebt ihr einfach anstelle des Authenticator-Codes ein. Jeder Code, der hier steht, ist einmal gültig. Also, das Ganze am besten drucken oder sonst wie abspeichern, dass ihr das Ganze noch habt, auch sicher aufbewahren. Also, das ist ja hier auch ein empfindliches Dokument, weil ihr ja darüber, wie gesagt, dann auch in die Nextcloud kommen könntet. Also, das einmal sichern. Dann, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier auf TOTP aktivieren klicken und dann geht es jetzt hier am Smartphone bzw. Smart Device, egal ob Tablet oder Smartphone, dann hier weiter. Wie gesagt, die App, die ich euch hierfür empfehlen würde, wäre Google Authenticator. Es gibt aber solche Apps auch von vielen anderen Herstellern, ist zum Beispiel auch bei fast jedem Passwortmanager dabei. Also, nutzt einfach das, was für euch hier am besten ist. Ich zeige euch das Ganze jetzt hier am iPad einfach, weil es ein bisschen größerer Bildschirm ist, dann könnt ihr das besser erkennen. Nun, ich habe mir jetzt hier schon die Google Authenticator-App einmal heruntergeladen. Alles, was ich jetzt machen muss, ist hier den Punkt QR-Code scannen, einmal auszuwählen und dann scannt der hier dann, sobald ich ihm die Berechtigung gebe, auch schon direkt den Code hier von meiner Nextcloud ab. Ich sehe jetzt auch schon den aktuellen Code. Den kann ich jetzt dann hier unten einmal eingeben mit der 199869 in meinem Fall hier. Klicke auf Überprüfen. Das Ganze sieht gut aus. Nun, probieren wir das doch mal aus, ob es auch funktioniert. Dazu logge ich mich jetzt hier einmal aus der Nextcloud aus. Logge mich dann erstmal ganz normal mit Benutzerneim und Passwort wieder ein und kann jetzt den aktuellen Authenticator-Code von meinem iPad hier eingeben und komme dann auf die Nextcloud drauf. So einfach hat man dann hier auch schon einen deutlichen Schritt getan in Richtung mehr Sicherheit auf der Nextcloud. Wenn eure Nextcloud mit dem Internet verbunden ist, dann werden früher oder später Anmeldeversuche von Personen kommen, die eben überhaupt nicht berechtigt sind, auf eure Nextcloud hier zuzugreifen. Dabei muss es sich gar nicht um reale Personen handeln, die euch irgendwas Böses wollen, sondern es sind häufig auch Bots, die einfach wahllos URLs und gewisse IP-Adressen eben dann hier versuchen zu attackieren und da mit einer zufälligen Kombination aus Benutzername und Passwort dann eben auf euer System zu kommen. Gerade solche Angriffsversuche, die kann man relativ einfach hier abblocken mit Hilfe des Tools Fail-to-Ban. Das blockt einfach dann komplette IP-Adressen des Angreifers sozusagen ab, sobald hier eine gewisse Anzahl von misslungenen Anmeldeversuchen dann entdeckt wurde. Der ist dann wirklich für eine relativ lange Zeit, die könnt ihr selbst bestimmen, dann komplett gesperrt, kommt überhaupt nicht mehr auf den Server und ihr seid dann da schon mal auch wieder ein ganzes Stückchen sicherer unterwegs. Für diese Installation ist es wichtig, dass ihr euch via SSH hier mit eurem Nextcloud-Server verbinden könnt. Ich habe das Ganze hier schon mal bei mir gemacht. Ich nutze jetzt hier auf Mac eben das Programm Terminal für die SSH-Verbindung. Ihr könnt unter Windows beispielsweise Putty oder die PowerShell auch nutzen. Wichtig, wie gesagt, als Root-User einfach einmal auf den Server hier drauf. Dann das Erste, was wir machen, ist gucken, dass wir hier die neuesten Paketquellen haben. Das geht einmal mit apt-update. Und wenn das erledigt ist, dann kann man auch schon ganz einfach mit einem einzigen Befehl hier fail-to-ban installieren. Das geht hier ganz einfach mit apt-install fail-to-ban. Das Ganze einmal hier bestätigen und dann wird die Installation ausgeführt. Dann können wir auch schon mit Hilfe von fail-to-ban einen sogenannten Filter erstellen. Der filtert nachher einfach den Nextcloud-Log nach speziellen Einträgen, die dann eben hier, sage ich jetzt mal, den Fingerabdruck einer Anmeldung tragen, damit quasi fail-to-ban weiß, nach was es denn schauen muss, was überhaupt eine Anmeldung ist und was dann eben auch im zweiten Schritt dann blockiert werden kann. Die Filterdatei könnt ihr ganz einfach mit diesem Befehl hier anlegen. Ihr findet natürlich diesen Befehl, aber auch alle anderen, die ich in diesem Video hier verwende, unten in meinem Blog verlinkt. Hier ist es relativ einfach, wenn ihr diese Datei aufgemacht habt, müsst ihr einfach nur diese Vorlage hier reinkopieren. Das ist genau die, die hier auch Nextcloud selber in ihrem Eintrag hier zum Thema Nextcloud Hardening mit fail-to-ban hier zur Verfügung stellt. Also das ist quasi die offizielle Definition für die Nextcloud hier von fail-to-ban. Also das Ganze einfach nur noch einmal speichern mit Ctrl-O, Ctrl-X den Editor verlassen. Als nächstes müssen wir hier noch einen Jail konfigurieren. Den machen wir hier auch wieder speziell für die Nextcloud. Der Jail bestimmt sozusagen, was soll denn mit diesen Anmeldeversuchen, bei welchen Parametern, nach wie vielen Versuchen passieren. Also das gilt einmal hier mit dieser Datei. Auch hier habe ich wieder eine Vorlage für euch, die ihr euch wieder rauskopieren könnt. Die sieht dann so aus. Gehen wir hier kurz die einzelnen Parameter mal durch und ich zeige euch auch, was ihr anpassen müsst. Hier oben, das ist eigentlich alles Grundvoreinstellung, da müssen wir nichts anpassen. Was wichtig ist, ist hier einmal der Parameter MaxRetry. Also wie oft soll denn hier überhaupt es möglich sein, zu versuchen, dass hier jemand auf eure Nextcloud drauf zugreift. Hier ist es jetzt auf 5 gestellt. Ihr könnt aber auch beispielsweise sagen, alle guten Dinge sind 3. Ihr darf es 3 mal probieren, danach wird er gespart. Das ist euch überlassen, wie sicher ihr das haben möchtet. Hier müsst ihr einfach so einen Mittelwert finden, zwischen Sicherheit und aber auch nicht zu schlechter Usability. Also dass man zu früh ausgespart wird. Band Time ist einfach die Zeit in Sekunden angegeben, wie lange dann derjenige gespart bleibt, also dessen IP-Adresse, wie lange der nicht drauf darf. Das könnt ihr hier dann entsprechend auch abändern, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, einfach den Wert in Sekunden angeben. Die Find Time ist hier eigentlich auch ein Default-Wert, den könnt ihr belassen. Und dann ganz wichtig, das müsst ihr gegebenenfalls anpassen, hier muss der Pfad zu eurer Nextcloud-Log-Datei hin. Wenn die da nicht liegt, dann funktioniert das ganze Fail-to-Band nicht. Also überprüft das, dass das eben auch eurem Datenverzeichnis entspricht. Nämlich normalerweise liegt die Nextcloud-Log-Datei, wenn ihr das nicht anders definiert habt, immer da in dem Verzeichnis, in dem auch eure Nextcloud-Daten sind. Also das gegebenenfalls noch anpassen. Dann könnt ihr das Ganze einfach einmal abspeichern und mit Ctrl-X dann hier bestätigen. Dann können wir auch schon einmal Fail-to-Band hier neu starten, um zu gucken, dass das Ganze auch funktioniert. Also sind jetzt die Änderungen angewandt. Und mit dem Befehl hier können wir dann auch schon den Status einmal überprüfen. Ihr seht jetzt hier quasi also den aktuellen Stand. Natürlich hat sich jetzt hier auf meiner Temo-Instanz in der Zwischenzeit niemand versucht, mit falschen Zugangsdaten anzumerden. Ihr könnt es aber einfach mal probieren, euch hier mit bewusst falschen Daten anzumerden. Dann sollte hier der Zähler entsprechend hochgehen. Und wenn ihr das dann oft genug falsch macht, in einer gewissen Zeitspanne natürlich auch falsch macht, dann wird auch hier sich etwas verändern. So könnt ihr einfach überprüfen, ob das Ganze funktioniert. Und wenn es dann mal blockt, dann seht ihr auch hier die IP-Adressen, die geblockt wurden. Ich habe das Ganze jetzt hier mal gemacht, ein paar bewusst falsche Anmeldungen ausgesetzt. Und wie ihr seht, seht ihr jetzt hier entsprechende Einträge. Also es wurde dreimal was Falsches eingegeben. Dann wurde einer gebannt. Und das ist dann in dem Fall, weil das hier im Internet-Netzwerk ist, die IP-Adresse meines Rechners hier im Internet, der jetzt hier diese Versuche ausgeführt hat. So sieht das Ganze dann aus. Funktioniert also. Wenn ihr das Video bis hierhin hilfreich fandet, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Der nächste Schritt hier, der ist insbesondere wichtig, wenn ihr euren Nextcloud-Server auf einem virtuellen Server in einem Rechenzentrum betreibt. Also einem VPS-Server, einem Linux-V-Server, wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt. Also einem Server, der direkt am Internet hängt, wo keine Firewall dazwischen ist. Bei vielen Anbietern ist es nämlich der Fall, dass wenn ihr hier nichts zusätzlich konfiguriert, einfach mal alle Ports eures Servers fürs Internet offen sind. Das solltet ihr definitiv so nicht lange betreiben. Das ist auf jeden Fall hier ein Sicherheitsrisiko. Und das wollen wir jetzt eben hier mit dem Tool UFW hier ganz einfach beheben. Geht wirklich mit ein paar einfachen Befehlen und ihr habt dann euren Server besser abgesichert. Wenn ihr euren Server im Heimnetzwerk betreibt, könnt ihr das auch machen. Das schadet nicht. Es ist aber nicht unbedingt so zwingend notwendig, weil ihr habt ja im Heimnetzwerk eigentlich immer eine Firewall. Und wenn es auch nur einfach euer Router, eure Fritzbox ist, die regelt ihr hier dann auch, welche Ports von außen zumindest auf euren Server kommen. Wie genau ihr das Ganze jetzt einrichten könnt, das seht ihr jetzt. Auch diese Installation führen wir hier wieder via SSH aus. Als erstes brauchen wir mal das Paket UFW. Das lässt sich relativ einfach installieren mit apt install ufw. Bei mir war das jetzt hier schon vorinstalliert, aber über den Befehl könnt ihr das dann auch ganz einfach hinzufügen. Das erste, was wir mal sagen, ist quasi eine Art Default zu setzen. Also zu sagen, grundsätzlich werden mal alle Ports nach außen gesperrt. Also das, was ihr beispielsweise von eurem Heimrouter auch kennt, da ist ja grundsätzlich mal alles zu. Und ihr müsst bewusst das öffnen, was ihr benötigt. Das geht ganz einfach mit dem Befehl hier. Keine Sorge, auch wenn es bei euch ein Remote Server ist, ihr könnt trotzdem den Befehl schon mal abschicken. Da passiert erstmal nichts. Weil erst, wenn ihr UFW Enable eingibt, wird das Ganze auch aktiv. Also könnt ihr jetzt hier erstmal arbeiten, das ist kein Problem. Dann fangen wir mal mit dem wahrscheinlich wichtigsten für euch an. Und zwar das Thema SSH. Wir aktivieren jetzt hier mal den Default Port für die SSH-Verbindung. Das wäre der Port 22. Natürlich ist das Thema SSH-Security, falls ihr hier einen VPS-Server im Rechenzentrum habt, ein ganzes Thema für sich. Da könnte man wirklich noch einiges allein zu dem Thema hier erzählen. Wie gesagt, hier heute mal die Essentials. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr zu dem Thema SSH-Security hier ein extra Video haben möchtet. Also wir setzen jetzt auf jeden Fall hier mal diesen Port, dass der geöffnet ist, dass ihr auf jeden Fall dann nachher auch noch hier auf den Server draufkommt via SSH. Dann brauchen wir natürlich die Web-Ports. Einmal den Port 80. Den bräuchte man ja jetzt nicht unbedingt, weil man ja im Normalfall per HTTPS auf die Nextcloud zugreift. Wenn ihr allerdings hier Let's Encrypt benutzt, um ein SSL-Zertifikat zu generieren, dann braucht ihr hier diesen Port, damit auch das Zertifikat weiterhin automatisch generiert werden kann. Also machen wir das hier auch einmal und dann relativ selbsterklärend der Port 443 eben für die HTTPS-Verbindung zu eurer Cloud. Das ist der Port, den ihr am meisten nutzen werdet. Okay, am besten ihr kontrolliert jetzt nochmal, dass ihr alle Ports habt, die ihr benötigt. Wie gesagt, der wichtigste ist S22, weil wenn ihr da draufkommt, könnt ihr auch alles andere wiederherstellen und natürlich dann auch noch die Web-Ports. Und wenn ihr dann alles soweit habt, dann könnt ihr hier UFV Enable hier einmal ausführen. Er fragt jetzt hier wirklich, wollt ihr das wirklich tun, weil es könnte eben diese SSH-Verbindung unter Umständen unterbrechen. Ja, wir haben ja den richtigen Port, die richtige Regel dafür gesetzt, deswegen können wir aus gutem Gewissens tun. Wir sind immer noch auf unserem System drauf, hat also funktioniert. Nun, wichtig ist an der Stelle natürlich auch noch, wenn ihr hier weitere Dienste laufen habt, den Stunturn-Server oder sonstige Sachen, die eben über andere Ports laufen, müsst ihr diese hier auch öffnen. Ja, sonst funktioniert euer Dienst von außen zumindest dann nicht mehr. Also da bitte dran denken, ihr habt es gesehen, der Befehl ist relativ einfach, da dann noch die Portnummer anpassen und dann ist das auch schon erledigt. Das nächste Sicherheitsfeature, das kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon vom Online-Banking. Die Rede ist hier vom Auto-Logout. Beim Online-Banking wird einem das ja meistens recht präsent angezeigt, wie lange man denn noch eingeloggt ist, bevor man automatisch ausgeloggt wird. Und das erhöht natürlich auch die Sicherheit, denn verlässt man mal den eigenen PC und ist dieser nicht automatisch dann per Passwort gesperrt, so könnten ja theoretisch andere Personen dann darüber dann Zugriff über euren Browser in die Nextcloud dann in diesem Fall bekommen. Das ist also auch was, das sich sehr, sehr einfach einrichten lässt, dass einfach nach einer gewissen Zeit der Inaktivität ihr automatisch aus der Nextcloud dann abgemeldet werdet. Ein Auto-Logout lässt sich relativ einfach in der Nextcloud-config.php hier konfigurieren. Dazu öffnen wir hier einfach via SSH einmal diese entsprechende Datei hier und können dann auch schon relativ ans Ende hier einmal durchgehen und können dann hier neue Zeilen hinzufügen. Auch diese könnt ihr euch einfach wieder aus der Vorlage hier reinkopieren. Jetzt rücken wir erstmal hier die Zeilen entsprechend ein und dann schauen wir uns noch an, was jeder Parameter hier kann, beziehungsweise was ihr hier gegebenenfalls noch anpassen könnt. Den ersten Punkt, Remember Login Cookie Lifetime, den könnt ihr hier mal auf dem Standardwert belassen. Was für euch interessant ist, ist die Session Lifetime. Hier geht es dann eben darum, wie lange bleibt eine Sitzung aktiv, also wann kann der Auto-Logout stattfinden. Das Ganze ist jetzt hier auf 1800 Sekunden gesetzt. Ihr könnt den Wert natürlich aber auch größer oder kleiner setzen oder euch das einfach mal kurz in Minuten umrechnen. Ihr müsst das wie gesagt hier immer als Sekundenwert angeben. Aber passt den Wert an, je nachdem wie lange eben bei euch so eine Session aktiv bleiben soll. Und wenn diese Zeit dann rum ist, dann passiert eben, dass hier nämlich ein Auto-Logout ist gleich true. Also werdet ihr hier dann automatisch ausgeloggt. Das ist eigentlich alles, was ihr dafür setzen müsst. Einfach die Datei wieder abspeichern und dann ist das Ganze auch schon eingerichtet. Eine Anti-Virus-Software, das nutzen die meisten von euch bestimmt schon auf ihrem PC und deswegen wird auch die Funktionsweise den meisten von euch bekannt sein. Bei der Nextcloud ist es auch wirklich sehr wichtig, sich hier um das Thema Anti-Virus zu kümmern. Denn häufig ist das ja wirklich eine Datenzentrale, die auch Daten verteilt. Also beispielsweise Daten, die ihr von einem Gerät hochsynchronisiert, kommen dann auf den Server und von dem Server wird es dann wieder auf weitere Endgeräte synchronisiert, von euch selbst oder auch von anderen Benutzern. Ihr seht also das Potenzial, einen möglichen Virus hier auf viele Endgeräte zu verteilen, ist sehr hoch. Deswegen sehr wichtig, auch hier sich darum zu kümmern. Auch hierfür gibt es eine Anwendung für die Nextcloud. Ist relativ einfach auch wieder in der Konfiguration. Und ich würde sagen, ich zeige euch doch jetzt auch mal direkt, wie ihr das Ganze einrichten könnt. Auch diese Installation startet hier erstmal in der Befehlszeile, wird aber später im Browser in der Nextcloud fortgeführt. Als erstes installieren wir uns hier mal das Paket Claim.av, über das dann das Ganze hier ablaufen wird. Das könnt ihr euch hier zusammen mit den weiteren Paketen, die benötigt werden, dem Demon, Fresh Claim und so weiter, hier alles einmal mit diesem Befehl hier installieren. Das nächste, was wir jetzt machen, ist einmal gleich hier zu Beginn die Virus-Datenbank sozusagen mal initial zu refreshen. Das geht später natürlich auch automatisiert. Aber wir machen das jetzt hier direkt am Anfang einmal so. Dazu stoppen wir hier einmal den Fresh Claim Service quasi. Das geht hier mit. Dann führen wir ein Fresh Claim hier einmal aus. Und dann können wir den Service auch schon wieder starten. Als nächstes nehmen wir hier noch ein paar Anpassungen vor, damit auch größere Dateien durchsucht werden können. Und damit auch Archivdateien mit bis zu 25 Unterverzeichnissen ebenfalls durchsucht werden können. Das ist ein kleiner Befehlsblock. Auch hier wieder einfach rein kopieren, ausführen und dann seid ihr hier eigentlich auch schon durch. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Habt ihr dann also auch schon ausgeführt. Damit auch diese Änderungen hier wieder übernommen werden, starten wir zwei Dienste hier einmal kurz neu. Und dann sind wir auch schon in der Befehlszeile hier erstmal fertig. Wieder auf der Nextcloud angekommen, gehen wir hier einmal in den Punkt Apps rein. Und suchen dann hier nach der App Anti-Virus einmal. Anti-Virus für Files. Auch hier wieder herunterladen und aktivieren. Dann gehen wir hier einmal wieder in die Einstellungen rein. Und dann hier auf den Punkt Sicherheit. Allerdings jetzt hier unter dem Punkt Verwaltung, also für Admins. Und dann habt ihr jetzt hier den neuen Eintrag Anti-Virus für Dateien. Hier müssen wir jetzt einmal den Modus abändern. Da gehen wir jetzt hier einmal auf Claim AV Daemon Socket. Dann könnt ihr hier die Socket bei den Standard-Einstellungen belassen. Länge des Datenstroms solltet ihr auf diesen Wert hier einmal abändern. Das entspricht circa 50 MB. Dann geht es hier als nächstes darum, wie das Ganze denn aussieht, wenn dann eine infizierte Datei gefunden wurde. Das wären dann als Hintergrundscans. Was soll passieren? Soll die nur protokolliert werden oder direkt gelöscht werden? Das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Der Unterschied ist der, bei einem Upload einer Datei wird die natürlich vor dem Upload geprüft. Und der Upload kann quasi nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn die Datei virusfrei ist. Beim Hintergrundcheck geht es natürlich auch schon um bereits vorhandene Daten. Falls ihr natürlich ein falsch positiv habt, kann das direkte Löschen vielleicht nervig sein. Erhöht dennoch die Sicherheit. Das müsst ihr also auch wieder selbst entscheiden. Auch hier wieder abwägen zwischen Sicherheit und Usability. Wie es halt immer so ist. Aber das ist dann eigentlich auch schon die ganze Einrichtung hier. Ihr könnt das Ganze hier einmal speichern. Das ist dann erfolgreich gespeichert und dann ist es ausgeführt. Ich habe jetzt hier auch mal eine kleine Testdatei vorbereitet, die natürlich einen harmlosen Virus sozusagen enthält. Die aber hier einfach die Funktion von Claim.eV dann einmal damit auf die Probe stellt. Die Datei ziehe ich mir jetzt hier einfach einmal in meine Nextcloud rein. Und dann seht ihr hier auch schon, dass hier eben ein Virus gefunden wurde. Das ist jetzt eine kleine Datei, deswegen ging es ja schnell funktionieren, aber auch bei anderen. Deswegen kann das Ganze jetzt hier eben nicht hochgeladen werden. Ich kann euch gerne auch diese Testdatei hier von GitHub einmal verlinken. Dann könnt ihr auf jeden Fall konfigurieren, ob das Ganze funktioniert. Wenn ihr all diese Punkte nun soweit eingerichtet habt, dann habt ihr jetzt wirklich eine ganz gute Sicherheitsgrundlage für eure Nextcloud geschaffen. Wenn bei euch die Einrichtung irgendwo nicht geklappt hat, und ihr euch vielleicht auch unsicher seid, ob die Maßnahmen für euren speziellen Anwendungsfall so ausreichen, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an service-at-apfel-cast.com und ich helfe euch natürlich sehr gerne weiter. Eine Sache habe ich da aber noch für euch. Zur Serversicherheit gehört es natürlich auch dazu, dass alle Anwendungen, alle Pakete, die sich auf eurem Server befinden, regelmäßig aktualisiert werden. Damit werden einfach mögliche Sicherheitslücken geschlossen und euer System bleibt dadurch auch ein ganzes Stückchen sicherer. Natürlich lassen sich jetzt alle Updates hier manuell regelmäßig installieren, das werdet ihr wahrscheinlich so auch schon tun, aber seid mal ehrlich, wie oft macht man das, wie konsequent updatet man wirklich seine Systeme manuell, insbesondere wenn es jetzt hier um Sicherheitspatches von Linux-Systemen geht. Das werden die meisten vielleicht nicht ganz so konsequent machen. Deswegen habe ich auf meiner Patreon-Seite ein ausführliches Video dazu gemacht, wie ihr automatische Systemupdates einrichten könnt, wo ihr also genau konfigurieren könnt, was wie geupdatet werden soll. Das wird in einem automatischen Zeitraum, in einem automatischen Ablauf getan. Ihr müsst da an nichts denken und habt damit dann auch nochmal eure Serversicherheit erhöht. Das Ganze gilt natürlich nicht nur für Nextcloud-Server, sondern auch für diese Anleitung. Die könnt ihr natürlich dann für einen jeden Linux-Server hernehmen. Übrigens, falls ihr meine Patreon-Seite noch nicht kennt, dort findet ihr auch zahlreiche Videos, die eben nicht hier auf YouTube verfügbar sind. Handelt es sich natürlich auch um die Themen Open-Source, Linux-Server und so weiter. Und ihr bekommt als Patreon-Mitglied hier auch persönlichen Chat-Support, falls ihr mal Fragen und Probleme habt. Und es gibt auch noch einen monatlichen Livestream, wo ihr dann auch Fragen stellen könnt oder noch mehr Einblick in die Themen eurer Wahl bekommt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das war es dann aber auch schon hier mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und zum Schluss sage ich natürlich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.